Es ist Wahlkampf und wir alle twitteren und posten auf Facebook und Co. Das gehört heutzutage einfach dazu. Was viele aber nicht wissen, es gibt etwas, das ist günstiger und sehr effektiv. Eine super Methode, die bei der FDP eine lange Tradition hat. Der persönliche Kontakt. Von Tür zu Tür, von Mensch zu Mensch. Alles was es braucht, ist ein bisschen Zeit, gute Schuhe, ein gesundes Selbstbewusstsein und ein Smartphone. Alles andere kommt von der Kampagnenleitung. Ihr ruft nicht an jeder Tür, sondern nur dort, wo wir FDP-Wählerinnen und Wähler vermuten. Auf eurer App seht ihr, wo das ist. Das wird uns nicht immer gelingen. Und es werden alle immer gleich viel Freude haben, euch zu sehen. Aber das macht gar nichts. Lasst euch einen Charme spielen, denkt uns gut. Grüeziol, ich bin Carlo Bürgin, Ihre Kandidat von der FDP und heute gehe ich von Tür zu Tür. Ah, von der FDP sind Sie. Das ist schon mal gut. Wissen Sie, ich wähle grundsätzlich bürgerlich. Und Sie engagieren sich ja richtig. Das freut mich. Dann kann ich auf Ihre Stimme zählen. Auf jeden Fall. Das freut mich sehr. Danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen. Schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch. Merci. Auf Wiedersehen. Ade, danke. Und schon ist wir im Gespräch. Eure Erfahrungen könnt ihr ganz einfach auf der App notieren. Grüeziwoll, ich bin Carlo Bürgin, Ihre Kandidat von der FDP. Schön, dass ich mich kurz vorstellen darf. Ich gehe heute von Tür zu Tür. Sie gehen wirklich von Tür zu Tür? Jawohl. Tore Sach, meine Stimme haben Sie? Freut mich. Danke vielmals. Viel Erfolg. Gleichfalls. Schönen Tag. Schönen Samstag. Merci. Ade. Ist doch super gelaufen. Ganz easy. Ich sehe aus, als würde ich FDP wählen. Seit dem Studium wähle ich SP treu und ergeben. Aber nimm doch noch ein Hanfgurzli mit auf den Weg. Gut, nehme ich gerne. Danke vielmals. Gerne geschehen. Ade. Er wählt zwar die falsche Partei, aber Gutzli backen, das kann er. Ach so, so, von der FDP. Aber interessiert euch dann auch für Familien und was bei uns läuft? Oder nur für die Wirtschaft? Natürlich interessieren wir uns auch für die Familien. Hören Sie zu, diskutieren Sie mit den Leuten und erklären Sie unsere Positionen. Es geht nicht darum zu missionieren, sondern unsere Wähler sowie Unentschlossene zu mobilisieren. Wenn niemand zu Hause ist, dann hängen Sie einfach so einen Flyer ab die Türe und tun Sie es auf der App notieren. Oh, was muss ich machen? Schon wieder wählen? Meine Rosenhäsche. Sie werden viele leben auf ihrem Weg von Tür zu Tür. Es braucht ein wenig Mut, aber die Wirkung ist gewaltig. Das weiss auch sie. Liebes Team der FDP. Es ist Wahlkampf. Jetzt ist die Zeit, um zusammen auf die Strasse zu gehen. Gemeinsam kommen wir weiter. Lassen Sie uns zusammen von Mensch zu Mensch gehen, von Tür zu Tür. Klopfen wir an bei diesen Türen. Überzeugen wir die Menschen, die dahinter leben, von unseren Zielen, von unseren Idealen. Gemeinsam schaffen wir das. Es wird nicht immer einfach sein. Es wird manchmal zähig sein. Ihr werdet nicht immer auf gegen Liebe stossen. Ich weiss das aus eigener Erfahrung. Aber schlussendlich, ihr werdet immer mit Respekt behandelt werden. Und dann, am Wahlsonntag, werdet ihr aufwachen mit der Überzeugung, dass ihr gemeinsam für den Erfolg gekämpft habt. Gemeinsam für die Schweiz. Gemeinsam für die FDP. Gemeinsam für unsere Heimat. Von Mensch zu Mensch. Von Tür zu Tür. Kämpft für eure eigene Stimme. Kämpft für unser gemeinsames Anliegen.